Hallo liebe Naturfreunde, ich wähle grün. Ich bin eure Freundin Nina Hagen und ich wähle grün. Unter anderem aus folgenden Gründen. Wir müssen uns von dem Dinosaurier der Atomkraftabhängigkeit verabschieden. Diese radioaktive Verseuchung unserer Lebensräume und unserer menschlichen Körper ist nicht länger akzeptabel. Grüne, ab in die Regierung. Außerdem müssen wir uns von der nuklearen Teilhabe Deutschlands endlich verabschieden. Denn wir können es nicht zulassen, dass auch nur noch eine von diesen Teufelsatombomben jemals wieder von Menschen auf Menschen geworfen wird. Diese alte, dreckige, radioaktive Verseuchung lassen wir nicht mehr zu. Dürfen wir nicht mehr zulassen. Grüne, ab in die Regierung, wo sie hingehören. Es grün zu grün, wenn Deutschlands Blüten, ich meine Deutschlands Bio-Blüten bitte, ohne Genverseuchung. Dafür wird grün auch sorgen. Bitte wählt grün und sagt es weiter. Wählt grün. Ich wähle grün aus vielen Gründen. Wähle grün. Weil es grün zu grün, wenn Deutschlands Bio-Blüten blühen. Mein Gott, jetzt habe ich es. Ich glaube, jetzt habe ich es. Es grün zu grün, wenn Deutschlands Bio-Blüten blühen. Ich hoffe, jetzt habt ihr es. Ich habe es.